Jo Leute, was geht? Ich bin's hier. Willkommen auf meinem Kanal, wenn ihr neu seid. Ich bin nicht der größte YouTuber, aber ja, das ist mein viertes Video mit einer Weile und das erste Mal, das ist meine Stimmzeit. Heute spiele ich Ranked Solo und von Bronze versuche ich auf Silver 2 zu werden. Ja. Dann warten wir erstmal. Übrigens, ich bin auch kein Schweizer. Spiele spielen nur um Spaß und so. So, jetzt sind wir in der Lobby. Und, äh, schreibt in den Kommentaren, welche Spiele ich noch spielen soll. Also, ja. Also, zum Beispiel Rocket League, Fallgeist, was weiß ich, Valorant. Die erste Runde lasse ich bei, ja, vielleicht verchexen jetzt. Und, äh, ich hab' gerade einen Stimmfluch. Und ich fühl mich gerade... komisch. Naja, aber, ja. Ich mein, das ist das erste Video mit Stimme. Das ist mein erstes Video mit Stimme, also. Da bin ich schon ein bisschen verwirrt. Ich würde mich auch sehr über ein Abo oder ein Like freuen, denn das würde mir sehr helfen. Naja, vielleicht finde ich dann auch andere Leute, die mich mögen und so. Und, ja. Mein Ziel des Jahres ist es, die 1000 Follower zu knappen. Also Abonnenten halt. Wenn wir das schaffen, gibt es ein, halt, siebte Sache. Dann gibt's halt so eine Verlosung. Ich kann's nicht versprechen, aber ich versuche es. Aber nur, wenn wir die 1000 Follower schaffen. Also Abonnenten halt. Ich hab' auch zwei andere Kanäle. Besonders nicht andere Kanäle, sondern ich hab' einen TikTok-Channel und ein Instagram-Profil. Ich werde sie unten verlinken, dort könnt ihr mir auch gerne abonnieren und so. Ja. Und ich versuche halt, jeden Tag zumindest ein oder zwei Videos zu machen. Manchmal werde ich auch mit meinen Freunden spielen. Okay, ja. Okay, okay. Okay, okay. Oh mein Gott, du fisch. Ich weiß, dass ich sehr viele Minis nicht so überspringe, aber... Naja, was soll's. Oh, da hat jemand gebaut. Okay, geil. Hm. Ich versuche erstmal darauf, auf den Berg zu gehen, um die Gegner zu gehen halt. Und an einen Südosten wird eh geschossen. Geh' ich mal hin. Ja. Mein Ziel ist, ein guter YouTuber zu werden halt. Aber... Naja... Wer weiß, ob ich's werde. Mein Vater ist übrigens auch YouTuber. Ähm... Der hat auch seinen eigenen Kanal. Den werde ich auch unten verlinken. Also, mit dem werde ich auch manchmal spielen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch... Er macht so... Also, wo wir... Videos, wo wir alles waren. Ja. Und wusstet ihr, dass diese Mammutpistole so überpowered ist? Schau... Auf Body macht sie... 89. Und auf Körper... Also halt Headshot macht sie... Uh... 173. Laber nicht. Wo ist jetzt der Nusskind? Der, wo ist der Typ? Da ist der Typ. Okay, okay. Da ist der Typ. Okay, okay. Er hat sich geheilt irgendwie geschossen. Das ist immer... Süß. Ich habe auch nicht sehr viele Skins halt. Ich habe mir... ... dieses Paket gegönnt früher. Und... einfach diese Desdemona, die man grad bekommen hat. Und... Malz-Morals. Halt. Kennt ihr das, wenn der Vater mehr V-Bucks hat als ihr? Naja... Ich bin der Einzige... Wahrscheinlich. Na warte... Und... Könnt ihr mir ein paar Apps... So... Video-Barber... ...die das Typ bitte schneiden? Und... Es gehen... Weil... Doch gern... Meine Videos schneiden und so. Naja... Es ist, weil sie nicht immer perfekt sind. Danke nochmal, wenn ihr es macht. So... Ähm... Ich kann auch gerne Streams machen. Aber dafür muss... Müsst ihr erst mal... Halt... Naja... Wenn ich... Wenn ihr wolltet Stream weg, dann müssen wir halt... Mehr... Subscriber und 6 Follower... Haben... Ja... Ich würd mich sehr freuen, wenn das... Einmal-Game wird... Da die... Da die... Oh nein... So der Spot... Nein... 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 Ja... Fall Damage... Nein... 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 Ja... Fall Damage... Oh... Mit wieviel HP? Ja... Stark... 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 GG... Mein Lieblings-Streamer ist Mongral... Ja... Wer hat leider nicht aufgehört... Also... Das Spiel zu spielen... Ich war nicht... Weiß nicht warum... Aber er war krass... Er war richtig krass... Ich habe auch... Auch Freunde, die das Spiel auch spielen... Sie sind ein bisschen besser als ich, muss ich sagen... Ich bin hier schlecht... Aber... Naja... Sie sind besser als ich... Ich bin schlecht als sie... Aber das macht mir nichts aus... Ich spiele das Spiel aus Spaß... Warte... Was bringt dieses Gefahrlosgleiten? Keine Ahnung... Schreibt es mal in die Kommentare... So... Meine Videos dauern 15 Minuten... Manchmal auch länger... Wenn es etwas Besonderes ist... Dieses Video wird... Natürlich für jedes andere auch... 15 Minuten... Aha... 15 Minuten dauern... Also werden wir in Part 2... Was weiter... Verlegen... Boom... 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 Schakalaka... So... Dort ist noch einer... Der versucht mich... Und so... Alles abholen und so... Oh... Explosive... Warte... Hier... Stark... Ich... Ich hätte es fast gemacht... Ich weiß... Dass ich... Naja... Ein bisschen nerven... Fünfmal kommentieren... Aber... Naja... Solcher... So ein Mensch bin ich... Hä? Da war immer dieses... Eine Motorrad... Das... Backflips machen kann... Ja... Okay... Warte... War ich angeschossen? Ja... Ja... Ich glaube schon... Ich glaube die Runde... Werde sich nicht ausgehen... In 4 Minuten... Aber ich glaube ich... Wird eh nicht... Oh... Ich hab schon 4... Oh... Dort hinten ist geiler Loot... Alle... Ich glaube schon... Ich geh nicht. Ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher. So... Clean. Okay, dieses Video wird doch ein bisschen länger dauern. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Naja, wir müssen doch nicht dranbleiben. Ich zwinge niemanden meine Videos zu schauen. Oh, er hat die WC-E. Komm her, was ich? Okay, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. So, und wenn ihr wollt, gebt ihr noch euren Rank in, also hinschreiben. So, hab ihn. So, 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 so. Dort wird geschossen. Ich schaue mir nach. Nein, okay, egal. Rift, gut, gut, gut. Warte, da, da, da. Das war's mit dem Video und ich würd' mal sagen Tschüß!